Musik Der Medienfachtag beginnt mit einem Eröffnungsvortrag von unserer Senatoren für Bildung Claudia Bogedahn, Dr. Rainer Beinus, Prof. Andreas Breiter und Prof. Carsten Wolf. Frau Dr. Bogedahn berichtet, wie digitale Medien in Bremen bereits im Unterricht genutzt werden und wie sie in Zukunft genutzt werden können. Es wurden vor- und nachmittags insgesamt 18 Workshops angeboten. Einen von diesen werden wir uns genauer anschauen. Eine smarte Unterrichtsrallye. Im Workshop geht es um Actionbound, eine App, mit der man eine digitale Schnitzeljagd veranstalten kann. Man muss sich diese App auf sein Smartphone runterladen, dann muss man ein QR-Code scannen, sich ein Team suchen und schon kann man anfangen. Was genau man macht, sucht sich der Leiter des Actionbounds aus. In diesem Fall musste man an bestimmte Orte gehen, sich mit bestimmten Gegenständen und bestimmten Gesichtsausdrücken fotografieren, etwas auf dem Flügel spielen, Multiple-Choice-Fragen beantworten und am Ende durfte man das gesamte Quiz mit seinem Team bewerten. War es gut? Hat es Spaß gemacht? War es langweilig an einigen Stellen. Ja, war witzig. Also ich war seit langem mal wieder da. Kein Bibliothek. Danach wurde noch über Anwendungsmöglichkeiten im Schulunterricht diskutiert. Eine Idee war zum Beispiel eine Schulrallye, da das Programm dafür hervorragend geeignet ist. Am Ende kamen noch einige der 170 Teilnehmer und Teilnehmerinnen bei einem Get-Together zu Sekt und Seltas zusammen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017